Das geschah beim letzten Mal. Und so geht es weiter. So, halli, hallo, hallöchen, das haben wir wieder bei Hellblade. Nachdem die letzte Aufnahme so ein bisschen verkackt ist mit dem Endkampf, spielen wir jetzt einfach an der Stelle weiter. Warum, habe ich so beschlossen. Ähm, ich bemerke gerade, dass der In-Game-Sound fehlt. Gleich wieder zurück. So, jetzt ist der Sound-Filter da. Kurze, missglückte Geschichte. Aber egal, jetzt ist der Sound-Filter da, jetzt können wir wieder weiterspielen. Und jetzt ist hier offen und eine Brücke und Wahnsinn und Knaller. Ja, wir wissen ja schon, dass sie einen Knall hat. Ähm, da nicht lang, sondern hier hoch wieder, wenn ich das noch recht im Kopf habe. So lange ist eigentlich noch gar nicht her, aber wer weiß. Vielleicht täusche ich mich ja doch. Hm, ne. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Da lang? Ah, lang. Wie hält es auf einmal, als plötzlich wieder ist hier? So, wir müssen uns... So, jetzt ist der Sound-Filter da. Kurze, missglückte Geschichte. Aber egal, jetzt ist der Sound-Filter da, jetzt können wir wieder weiterspielen. Äh, und jetzt ist hier offen und eine Brücke und Wahnsinn und Knaller. Senua saw a deep connection formed between the Northland and the darkness. The tales of Hal-Betro. And that was the source of it. She learnt everything she could from him. Until she too could see what he saw. Ja, wir wissen ja schon, dass sie einen Knall hat. Äh, da nicht lang, sondern hier hoch wieder, wenn ich das noch recht im Kopf habe. So lange ist eigentlich noch gar nicht her, aber wer weiß. Vielleicht täusche ich mich ja doch. Hm, ne. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da lang, da lang. Wie hält es auf einmal, als plötzlich wieder ist hier? So, wir müssen uns... Wie hält es, das? Es ist eine lange Frage. Wenn die Illussion von Self ist scherzend, Sie nur cease zu sein. Sie dürfen nicht so sein. Zu anderen wissen, wunderschön. Sie wissen, wenn es genau ist. Sie können er. Die Stranger in Ihr selbst Körper. Wunderschöne! Junge, das war nicht gut. Da hilft nur der Fokus, ne? Oder wird dann alles? Junge, langsam musst du doch mal tot sein. Du bist nah! Die Leute sterben! So, jetzt aber. Oh! Ja, oh Gott, es wird die Stimmen machen. So, auch wahnsinnig. So, auf in die Illusionswelt, oder was? Valraven, Ancestor des Seers, und Master des Ravens. Er schützt seine Prey, mit seinen Powers of Illusion. Und feasts auf ihre Remains. Followe den Weg zu Valraven, und schütze ihn in den Krieg, um ihn zu erzielen. Die Gate zu Helheim kann nicht sein, ohne ihn. Okay. Okay, dann mach ich das. So, das war nur ein Lichtfleck. Und da oben ist wieder so ein... A being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri, in shape, he was like a man. Big and powerful. His son was old. Ach, man muss auch noch in der Nähe bleiben. Ne, halt ich jetzt halt nicht so. Die Brücke, die muss bestimmt runtergelassen werden. Und hier ist... Das erste Tor. Einen anderen Weg, die finden die Wahrheit zu sehen. Okay. Push it, push it. Push it, push it. Das ist extrem cool gemacht. Okay. Extrem cool gemacht. Das riecht schon wieder so nach Kampfi. Okay. 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 Ja. ja so sieht das gemacht hier auch für fresse kollegen auf die fresse dafür und da kam ich jetzt wieder schön durch ok jetzt muss ich wahrscheinlich da oben rauf oder so eine irgendwie so da oben rauf oder ich muss irgendwas finden naja jetzt muss ich das symbol finden ach du kriegst die türi zu einmal so dass ich kann sehen fühlen naja da ist das spiel noch nicht so weit entwickelt ich sehe ja schon wo ich hin muss aber ja ich sehe das war ja ich sehe dass ich sehe die Da komme ich nicht durch, also muss ich ausruhen. Ja. 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 mhm wie komme ich jetzt da oben hin wie steht er da hin, aber wie komme ich da hin wie komme ich da hin ach, jetzt komme ich da ach, hab ich gleich gesehen eben hast du Angst, oder was? blöder Penner der führt mich ja direkt zu ihm hier mache ich erst mal auf hier mache ich auch auf oh ja, ich komme hier ich kann sie ich verschleiste ich kann sie nicht raus sie kann sie raus es muss ja hier sein es muss ja, sie muss ja mal sein sie kriegt ihn sie ist sie ist sie 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 Meine Stimmen haben auch einen Knall. So, nun aber. So, gleich wieder kämpfen bestimmt, ne? Da wir ja schon vorgewarnt worden sind, nehmen wir so Schildtypen, bestimmt so drei Angreifer, einer mit dem Achsel, einer mit dem Schwert, einer mit dem Herr Schild und Streitkolben oder so. So übel schwer wieder. Also, ich finde das jedenfalls teilweise ganz schön schwer. Uh, an den Fadenkopf. Und wir denken, wie ein Schilder in den woods, ein Schilder in der Nacht. Wenn es nur so einfach wäre. The worst kind kommt without warning. Deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Find your own path in different ways. Hier wird gekämpft. Oh, was? Ah, hallo. Ja, natürlich. Da ist er doch. Ich darf nicht ausweichen. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Noch eine. Be ready. Es ist eine Fentas-Bild. Also, Geh! Lass uns! Komm schon! Geh! Ich bin noch nicht. Oh, 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 oh. Noch einer. End it! End it? No, this is nearly the end. End it! End it! Oh, das! Take him down! Danke! Trennend! ach das will man den fokus nicht hat das ist echt schwer immer wieder zu prügeln mit dem gleichen kombo das ist bestimmt noch eine schönere lösung so was ist hier noch und ihnen und his brothers caught the sparks flying from muscle and made them into stars and to protect the new world from the giants they used emir's great curving eyebrows as walls hmm do you know what it's like to leave everything behind the home loved ones to head deep into the woods perhaps never to return because when darkness speaks it changes everything turning home into a foreign land and loved ones and to strangers exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place so 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 Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Die Stimmen machen einen echt wahnsinnig, wenn man denen nur ein bisschen so zuhört. So, jetzt haben wir das Ding durchgeguckt, jetzt ist plötzlich die Mauer weg und hier ist irgendwie eine Trimpe nach oben. Plötzlich auf einmal. So, Tor aufmachen. Ich gehe erstmal hier hinten durch. Was wir wahrscheinlich auch müssen. Oder ist hier nur wieder Geschichte? Die Norden sagen, Sie müssen sich in Ordnung geben. Sie erzählen, wie die Rundungen wurden von Odin veröffentlicht. Er hat sich aus dem Wurldtree und hat sich mit einem Speer verabschiedet. Und er hat sich in Ordnung verabschiedet. Und er hat sich in Ordnung verabschiedet. Er hat sich in Ordnung gefunden, dann hat er aus dem Kalken gefallen. Und er hat sich in Ordnung verabschiedet. Da ist jetzt noch nicht genau, was mir das gebracht hat, dass ich das hier aufgemacht habe. Also habe ich tatsächlich hier auf der Seite irgendwas übersehen, dass man hier irgendwo hochkommt. Leiter oder so. Hier war doch nichts, oder? Warum? Und hier das Ding hoch geht ja auch nicht. Leiter ist hier nicht, ne, hm, dann bin ich gerade so ein bisschen überfragt, ob wir hier gehen. So, was haben wir hier hinten noch alles? Da ist auch keine Brücke. Doch, da ist eine Brücke. Ne, da ist keine Brücke. Ist auch illusionstechnisch schwer zu sehen hier alles. Alles voller Illusionen. Hier können wir aber irgendwie lang. Das ist aber auch noch nicht, glaube ich, weiter. Nein, hier können wir nur von irgendwas wieder runter, weil sie kann nicht klettern. sie kann nur so einen kleinen Absatz hoch und runter, mehr kann sie nicht. Ist halt keine Lara Croft, ne? Das ist die Frage, wie ich da oben hinkomme. Ach, ah, natürlich, logisch. Da durch, Tür aufmachen, wieder zurück, durchgucken, ja, ok. Jetzt darf man doch rüber gehen, oje, oje. Das sind schon mal ein paar weniger dann, ne? Ja. Ok. Ja. Gut, und, äh, damit, äh, verabschiede ich mal in dieser Folge und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Gleich ist gut, also quasi morgen. Ähm, und sehen tun muss, und wir hören uns wieder. Äh, ich lese euch wieder. Ist auch völlig egal. Ich, äh, wünsche euch noch einen Traum auf den Tag. Bis zum nächsten Mal. Und, like da, kommentare da und so. Ihr kennt das Prozedere. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.